So, und dann müsstest du mich einladen. Ja, ich muss was mal laden. War das gerade ein Gabi? Was hast du? Ich war das ja. Ich mach auch noch so. Was, warum nicht? Das ist dann voll wie Gabi. Echt? Ja, ich entwickle mich langsam dahin. Das ist irgendwann... Irgendwann kann ich das Double machen. Dann macht er seine Streams nicht mehr selber. Dann kann ich da einspringen. Ich wollte mir auch die Haare bald mal schneiden. Deshalb lässt er die auch länger, dass wir uns dann in der Mitte treffen. Weißt du? Ist ja fast gleich. So, während du das Spiel erstellst, kann ich aber mal eben dann aufs Klo gehen. Ey, jetzt bin ich gerade fertig. Ich hab die Egelacht. Wenn ich jetzt wieder schwarz bin, nee, jetzt bin ich weiß. Und ich hab die Kretze, na toll. Was hast du denn für eine Kacke? So, wo bist du? Wo sind wir hier? Warum fliegt da was? Wo? Wo ist hier? Du bist du. Du bist du. Links, rechts, links, rechts, Mitte. Links, rechts, links, rechts. Hä? Dein Name, wenn ich mich drehe, dreht er sich mit. Das ist ja lustig. Du bist 2330 Meter von mir entfernt. Wo hast du mich vor? Ich hab keine Ahnung. Das war nicht meine Absicht. Süd, süd. Bin ich? Ich hab einfach... Ich hab hier gar nichts. Also, das ist ein ganz doofes Spiel. Ja, einfach echt. Guck mal, Dodos. Hallo, Dodo. Haha. Haha. Oh. Also, der Dodo ist jetzt bewusstlos. Jetzt ist der Dodo tot. Hast du den jetzt tot geboxt? Ja. Ja, offensichtlich. Hat keiner gesehen. Oh je. Aber ich seh noch nichtmals deinen Namen. Na, wie gesagt, deiner Tanz-Ringe-Ringe-Ringe-Ringe-Ringe-Ringe. Aber wenn du so weit weg bist, wundert mich das auch gar nicht, dass du hier Ringe-Ringe-Ringe-Ringe-Ringe spielst. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, in welche Richtung ich laufen muss, um dich zu finden. Oh, ich werd... Ich werd... Ich werd grad gezogen. Ja, normalerweise darf man ja gar nicht so weit vom Partner weg sein. In dem zulässigen Bereich. Du wirst näher an ihm. Ich bin weg. Du bist weg. Weiß auch gar nicht, wo ich hier bin. Stopp, stopp, stopp. Da weißt du doch. Ja, ich wurde grad hergespawnt. Wie siehst du denn aus? Zieh dir mal was an, Mädel. Wo sind wir denn hier? Wir sind hier... Wir sind hier falsch. Ja, ich glaub auch. Wo hast du, du bist born? Ich hab... Wir müssen wahlen. Ich hab nichts angewählt. Gar nichts. Ich hab einfach nur... So wie du, immer weitergeklickelt. Na, nee. Doch. Ich bin gleich K.O. Wie machst du das, dass du so lange so schnell rennst? Ja, ich trainiere regelmäßig. Ach so. Okay. Ja, gut. Ich bin im Arsch hier jetzt. Also, ich... Ich trainiere regelmäßig. Das ist echt. Gerade war ich fett und hässlich. Jetzt bin ich auch noch untrainiert. Du joggst grad in Zeitlupe. Schneller. Geller, bitch. Jetzt wuppst du auch, ja. So, Hauptsache du weißt, wo wir hin müssen. Ja, schau, hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig. Ah ja, gut. Siehst du, so weit war das doch gar nicht. Ist doch alles super. Na, 2000 Kilometer hat's mir... Äh, Kilometer. 2000 Kilometer sind wir mal eben gejoggt. Ja, wir sind sehr sportlich. Guckt euch das Hammerweib an. Mit den X-Beinen. Mit den X-Beinen. Ist die mal eben 2000 Kilometer gejoggt in einer halben Minute. Das muss man hier erstmal nachmachen. Das wäre gut. Läuft. Doch, läuft. Aber ich muss dir sagen, du hast definitiv einen Knieschaden. Also, so steht doch keiner. Das ist doch... Ja, danke schön. Und du kannst nicht hocken. Wie, ich kann nicht hocken? Ich hock doch. Keiner. Ich hock doch. Guck. Na. Oje. Na. Nee. Doch, hier. Guck. Ich lieg dich zwischen. Ja, warte. Das darf man gar nicht ausstrahlen. Das ist, glaube ich, sehr... Na ja. Wie stehe ich denn wieder auf hier? Und wie du kriegst. Das geht ja gar nicht. Was? Ich glaube, du hast Fußball. Halb in der Luft. Das mache ich immer so. Wie konnte man denn hocken? Also, ich habe jetzt R3, aber ich kann nicht mehr aufstehen. Hier, guck, wie das ausschaut. Wenn du nochmal draufdrückst, kannst du noch tiefer. Ja. Ich kann mal wieder hoch. Man kann ja... Man kann tief klicken bei dir. Ich kann dich wieder hoch. Ich... Siehste? Jetzt... Wie stehe ich wieder auf? Was? Wieso stehe ich denn nicht wieder auf? Jetzt, jetzt. Ich gehe einfach schwimmen. Dann muss die doch von alleine... Du bist doch Kart gerannt. Ja, aber irgendwie... Du bist aufgestanden bei mir ins Wasser. Hocken? Also, irgendwas funktioniert hier nicht. Jetzt standest du auch. Hier, aber irgendwie... Oh, hallo. Ich muss dir sagen, du hast dir in die Hose gekackt. Das sieht nicht schön aus. Sag mal, wie läufst du denn hier bitte rum? Das ist doch nicht normal. Also, wir sind zwar auf einer verlassenen Insel und alles, aber ein bisschen Anstand, hä? Ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Scheiß, die sich hier in die Hose... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Verstehe. Ja, das kann mal... Habe ich nicht gemerkt. Ich... Pass mal auf mit deinem Kopf hier. Unter meinem Popo. War das jetzt eine Warnung, dass du mir auf den Kopf scheißen willst? Also, wirklich. Ich kann nicht mehr aufstehen. Ah, jetzt. Kann man hier auf Knopfdruck gucken? Auf Knopfdruck? Weiß nicht. Ich glaube, du hast irgendwie hier im Inventar... kannst du Code ablegen. Siehst du? Da. Sieh das praktisch noch mal hin. Wie? Hast du das jetzt gemacht? Im Inventar kannst du, äh, Coten. Aber, 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 aber... Wo denn? Du hast doch da diesen, diesen Kreis dann mit diesen Emotes. Jetzt kann ich wieder nicht aufstehen. Hä? Ich krieche in meiner eigenen Scheiße rum hier. Wie kommst denn du zu dem Kreis mit dem Emotes? Ach hier. Ja. Bleib stehen. Möchtest du mir jetzt tatsächlich auf den Kopf... Hallo? Ich kann dich nicht. Kackst du schon, oder? Wieso? 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 Da siehst du! Ich komm grad nicht, war schüchtern. Ja, ach so. Und ich krieg voll rein. Weil zu schön war. Ja, 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 ja. Tobi, das... Ja. Also, es ist eindeutig nicht jugendreich. Und nichts für schwache Nerven. Ja, aber wieso? Das ist so ein ganz natürlicher Vorgang. Das nennt man Tarnung. Schön, doch. Ne, wie kann ich den mitnehmen? Ich nehm den mal mit. Für später. Hast du den echt eingepackt? Mein Kot! Das ist jetzt meiner. Du wolltest ihn ja nicht mehr haben. Kann ich ja nichts dafür, wenn du den da hinlegst. So, jetzt weiche ich ihn ein bisschen ein. Für später. So. System. Wie elegant du bist, warst du gar nicht. Ja, Gott verleiht fliege. Ach, schön. Ja, gut. So, jetzt mal einmal nochmal austesten, wie man hier sammeln kann. So. Ich hab was gesammelt. Sehr schön, ich bin stolz auf dich. Sehr gut. Wie so ne Schaufensterpuppe, die sich auf so'n Rad dreht. Oh, mir wird schwindelig. Sehr gut. Ente, ente. So, worum ging's jetzt hier in dem Spiel nochmal gleich? Survival! Schön, 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 doch. Ah ja, doch. Läuft. Echt? Scheiße, jetzt ist mein Nippus abgefallen. Das schneidest du doch aus. Das lass' ich drin. Das lass' ich auf jeden Fall drin. Zwei Frauen am Strand. Nackt. Oh, jetzt ist mein Nippus rausgefallen. Das darf doch nicht wahr sein. Ganz toll. Mir ist übrigens kalt. Ich weiß gar nicht, warum. Kann ich mich in deinem... Ja, ja. Kann ich mich in deinem Code vielleicht einwickeln? Warte mal. Ich bin nicht bereit zum Quoten, das scheiße. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, das müssen wir anders machen. Dann geht's doch nicht hier. Wollen wir jetzt noch mal mein Inventar? Oh, guck mal, ich kann hüpfen. Ey, wie auf so'n Trampolin hier. Guck mal. Kannst du mich auffangen? Ich spring dir in die Arme. Schade. Aber das ist sehr schön. Spring doch mal. Wackelt's? Kann ich beim Springen koten vielleicht? Aber nein, es wackelt im Übrigen nicht. Es ist ganz starr. Also es ist echt wahnsinnig. Ja, das war von Dr. Schönikus. Das war eine gute Arbeit. Ich kann mir leider nicht selber in den Busen gucken. Ich kann aber dir in den Busen gucken. Muss der gleiche Arzt gewesen sein. Aber nee, es war interessant, als du immer gesprungen wirst. Du kommst nicht komplett auf den Boden wieder auf, wenn du das so kurz aneinander machst. Echt, du schon? Das sieht aus, als ob du dir die Knöchel brichst. Du schön! Aber du, du, aber... Aber wenn du ganz oft springst, dein Eines, Beines ist immer da Luft. Ha. Sieh, siehste mal, du hast gerade auch gesagt, ich bin fett, hässlich und untrainiert. Kannst du mal sehen. Da hat sie sich wieder hingelegt. War schon zu viel. Ja, ich glaube nicht. Was machst du denn da? Machst du da Spagat oder was? Wie hast du das gemacht? Ja. Was mache ich denn? Weiß ich nicht. Du hast gerade so den Fuß, so als ob du Spagat machen willst. Klar, mach ich immer überall. Egal, wo ich bin. Okay. Das kommt immer gut. Lockert die Stimmung. Schön. Ja, oder? Rechnet nie jemand mit. Ich kann nicht mehr aufstehen. Wieso kann ich denn? Ich renne nochmal ins Wasser hier. Ey, irgendwas läuft dir schief mit der Steuerung. Du kabelst ins Wasser. Ja, aber ich hoffe, dass ich eben Wasser dann wieder aufstehe. Ja, siehste? Jetzt kann ich wieder aufstehen. Du musst einfach erstrufen. Mach ich doch. Hm. Irgendwas läuft bei dir komisch heute. Ja, gut, vielleicht ist es nur heute. Wie kann ich noch mal was aufsammeln? Kann ich diese Muschel hier nicht aufsammeln? Wie kann ich noch mal was aufsammeln? Ja. Wie kann ich noch mal was aufsammeln? Man kann... Äh... Das blutet so schön. Das blutet so schön. Warte mal. Ja, schlag mal gegen so'n Baum. Bei mir würde da voll gut spritzen. Nö, bei mir nicht. Ich bin das gewohnt. Meine Hände sind eisern. Ihr spritzt kein Blut. Aber ich krieg... Ey, ich krieg von so'n Baum Stroh und... Vier... Also vier Holz und 33 Stroh schon. Wieso gibt's denn so'n Baum Stroh? Weil... Ja, ich wollte auch krass sagen. Du bist erschöpft. Ruhe dich kurz aus, um irgendwas zu regenerieren. Och, nö. Äh. Ach, Quatsch. Ausruhen wir uns. Der Baum ist weg und ich glaub, ich hab schon wieder gekackt. Ich geh mal weg hier. Das merkt keiner. Ich find das immer so geil. Mir ist kalt. Wie kann man denn jetzt hier was craften? Äh. Äh. Da, ich kann schon wieder koten. Können wir noch karten? Ja, weil ich kann hier öfters... Also, weiß ich, ich hab gute Verdauung. Ich hab zwar doch nix gegessen, aber ich kann hier ewig, äh... Ah, ja. Ich versteh' ich schon. Ja, der Dämmel. Ah, hier, guck mal, ich hab Fleisch und Beeren eingesammelt. Kann ich die essen? Vielleicht sollte ich lesen, was ich esse, bevor ich esse. Quatsch. Aber deine Zähne sind danach, da geniehen wir so. Ach, das ist relativ. Und ob sich das gut verdauen lässt, weiß ich auch nicht so genau. Scheiße, ich halt nur mehr. Stellt doch keinem. Wir sind doch hier. Aber ich hab auch noch deine Scheiße im Gepäck. Kann ich die auch essen? Ich hab deine Scheiße gekriegt. Okay. Naja, gut. Oh nein. Hat die echt gemacht? Ja, ich muss halt hier... Oh, ich glaub, mir geht's nicht gut. Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann wird's auch nicht gut gehen, wenn ich Scheiße gepressen werde. Ich dachte, das ist gut. Das war doch... Ja, ja, ja. Das mach ich auch täglich. Ich koch mir nix mehr. Ich kack's ja mal aus und dann esse ich's wieder. Oh mein Gott. Ach, ja. War ich von Hunger? Nö, ich nicht mehr. Ich sterb gleich. Ah, gut. Äh, wieso? Ja, mir ist kalt. Ich hab'n Knochen gebrochen. Offensichtlicherweise. Durch deinen Kot. Durch mein... Geil. Kannst du mir helfen? Ich fühl mich nie so. Nee, warte. Du schaffst das schon. Kann man auch kotzen? Verhalten für Optionen. Ich steck dir meinen Finger an den Halt. Oh, was zieh ich an. Ich seh noch nix. Du bist immer noch nackig. Und du hast immer noch x Beine. Ah ne, guck mal, du hast ein Kopftuch. Ja, schau. Weißt du, was ich jetzt hab? Wow. Wow. Wie hast du das denn jetzt so schnell genäht? Stylish. Echt stylisch. Oder? So kann nicht gehen. Ja, gut. Ich würd' jetzt vielleicht oben her noch n bisschen... Hab' ich jetzt schon mehr... Wie du gekackst hast. Wie du gekackst hast. Dass man ganz lustig die Arme auseinander und die Beine auch so leicht gespreizt. Ja, das muss doch raus. Was... Wie kannst du denn? Und locker flockig darf ich mich nicht mehr unterhalten. Als wäre nix gewesen. Ja, ich dachte, du merkst das nicht. Ein lustig klemmt. Guck mal, oh. Ups. Guck mal, da kommt gleich Musik. Hier, guck mal. Wo ist denn hier was? Ich seh nix. Ich seh nix. Mir ist nix. Echt? Bei mir ist hier nix. Was war das denn? Ich guck so oft dem Gerbi zu. Oh, ich verdurste. Hast du mich jetzt totgeprügelt? Nein. Das ist... Das... Nein. Da war ne Spinne an deinem Hals. Die hab' ich... Ich wollte dir helfen, die hätt' dich bestimmt... Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Oh, ich verdurste. Dann trink doch mal was. Ja, ja. Geh' schon mal rein. Mir ist kalt. Und guck mal, weißt du, was ich noch hab? Oh, scheiße. Ich muss mal weg. Ich muss mal kurz hier drüben hin. Scheiße. Nicht hauen. Nein. Bitte. Wo ist die nächste? Nein. Das war ein klassischer Fall von Angst. Geh' weg, geh' weg. Geh' weg. Geh' weg. Oh, warte, ich muss jetzt mal was essen. Ich hab' nichts zu essen. Ich muss hier weg. Von wegen, die Dinos töten einen. Komm mal her. Hier, Dino. Bei den Wochen geht da so wilde Musik dazu. Ich hab' den mal ein bisschen aggressiv gemacht. Komm. Komm, hier ist ne Xera. Die kannst du dir schnappen. Komm, mit. Komm. Bushi, Bushi, Bushi. Wie macht man das, dass der mitkommt? Ja. Oh, jetzt ist er weg. Oh je. Da ist sie wieder. Ine, lass mich weg. Oh, wie elegant. Ihr ausweilen. Oh, du hast mich getötet. Du bist ein sehr gutes Deutsch, ja, nicht? Getötet Mensch. Ja, gut. Survival. Shit, ich hab dich gleich zerhackt. Ach so, ja gut. Kannibalismus. Läuft. Ja. Ich ess dich jetzt, ich hab Hunger. Ja. Ist ja noch schlimmer, mit dir zu spielen. Nömer. Kann ich gar nicht verstehen. Aber wir brauchen echt mal irgendwie was zu essen, weil die Bären, die machen irgendwie... Ich muss mal Kot essen, das macht dich satt. Ja, ja, ja. Guck mal, aber du läufst sie durch und kannst einfach hier... Ja. Oh, 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 oh. Hast du sofort irgendwie zigtausend Bären in der Hand. Grabsch einfach nur irgendwie... Aber die Wachen nur 0,000, 0,0% Gesundheit. Und man kackt ständig. Ich bin alle Bären zusammenfrisst. Ich will ja gar nicht wissen, was das alles in deinem Darm anstellt. Übrigens wird's dunkel. Ja, wir sind fröhlich wieder. Das ist egal, ich esse jetzt erstmal die Bären, die Bären, die Bären, die Bären... Ja, wenn ich die Schwarzen... Ich fühl mich benommen. Ich hab ein weißes Licht um Augen, das blinkt. Geh in das Licht, es wird dir gut tun. Was ist das denn? Ach, das bin ich. Guck mal, hier ist meine Leiche. Wie war's ne Leiche? Ich hab ne Leiche hier liegen. Momentan öffnen. Guck mal. Oder ist das deine Leiche? Die hat so viel mit hier. Ich hab keine Leiche. Alles übertragen. Was ist denn du ne Leiche? Hier. Kann ich die mitnehmen? Körper ziehen. Ey! Sag mal! Nicht gewordenes Weib! Ich wollte den Körper gerade einpacken! Das ist eine Antidee, nein, einfach! Mein Gott! Rotfleisch, 18 Mal! Ich spiel doch wieder mit Gerwig, der ist zwar brutal, aber so brutal, das ist also ne. Das ist ja gruselig. So, also zum Abendbrot gibts Charlie. Charlie, willst du auch was davon? Klarer Fallmann, ess dich selber. Jetzt guck dir die an, die macht einmal hübsch, ist der ganze Felsier kaputt. Nee, 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 mit dir spiel ich, geh auf ne andere Insel. Das ist mir zu gefährlich. Das mein ich. Ich spiel lieber mit Dinosauriern. Ah, schlimm. Also guck mal, hier kann ich auch schlagen. Wie schlafen? Schlafen, äh, schlagen. Nicht schlafen. Guck mal, wir können uns hier auch mal was machen. Ich steh grad einfach nur da und meine Nahrung geht hoch. Das ist doch gut. Ja, ja, ja. Das ist komisch. Dieses Spiel macht einfach keinen Sinn. Was macht er denn da? Der erstellt und erstellt und erstellt. Äh. Hm. Okay. Ich hab jetzt fünf Äxte. Möchtest du ne Axt haben? Wieso hast du fünf Äxte? Ja, weil der nicht mehr aufgehört hat zu erstellen. Oh, guck mal, es regnet. Hui. Das sieht aber irgendwie geil aus. Wenn du R2 drückst auf erstellen, erstellt er wirklich bloß einmal. So, äh, ich hab nur herstellen gedrückt. Ah, das, mit dem Regen, guck mal. Nee, weil, wenn du auf die Dinger drauf bist, ja. Guck mal in den Himmel, das sieht total genial aus mit dem Regen. Tatsächlich. Hat was. Ja, schon. Das war überhaupt nicht realistisch gehalten, aber es hat was. Doch, das sieht ja nur immer aus, wenn es regnet. Ja, ja, es redet, äh, deshalb auch immer die, 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 dieser Spruch, es regnet Bindfäden. Ja, ja, genau. Und wenn man sich hier dreht, dann wird einem schlecht. Oh, ein schwarzes Loch. So, jetzt hab ich die Orientierung verloren. Ja, die ist halt irgendwie so. Was? Ich hab zu viel Wärme gefressen. Ich hab's doch mal, ne? Wo bin ich denn hier? Ich hab die Orientierung verloren. Ach, du hast ja schon Feuer. Ja, die sind wieder 2000 Kilometer weg. Hallo. Ja, ich hab ein bisschen rumgeguckt. Als du gefragt hast, wie man hier was erstellt. Ach so. Da bin ich einfach mal auf den Reiter herstellen gegangen. Das ist sehr, das ist sehr, sehr klug gewesen von dir. Das macht total Sinn. Und da guckt er mich ein Feuer an. Ja, sehr gut. Und du hast sogar schon... Und da ist ja jetzt ein Schali gezickt, hab ich ja... Ach, das bin ich ja dann... Ja, das bist du. Ja. Lass ich dir schmecken. Danke, dass du schon mal Essen gemacht hast. So, still deinen Hunger, alles klar. Ich ess mich mal selber. Kommt gut. Sehr schmackhaft. Dankeschön. Sehr lecker. Doch, doch, doch. Yummy. Hast du das noch gewürzt? Ja, natürlich. Sehr fein. Draufgekackt, ne? Bisschen Sand. Ach so. Ja, natürlich. Gekackt auch. Und ein bisschen Pipi. Mhm, mhm. Nee, war gut. Aber nur einen Tropf darf nicht zufrieden. Ja, ja, sonst weicht das so durch, ne? Ja. Kennt man ja. Du bist gerade schlecht. Kann ich gar nicht verstehen. So. So, was gibt's denn nur noch so zu machen? Ja, ich würd sagen, wir müssen hier noch irgendwie mal so ne Unterkunft oder so, weil regnet. Ach, das geht so. Schlägt die mich wieder? Nein, nein, ich wollte gar nicht, ich wollte hier überhaupt nicht machen. Ich teste hier nur die Tasten. Ja, ja. Erst macht sie hier auf die Hose und dann, na ja, ja. Nee, ich wollte hier wirklich, wirklich nicht. Guck mal hier. Also. Du legst drauf an. Nein. Ach, ich hab keine Punkte. Wieso hab ich keine Punkte? Neue, ne, 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 inventar öffnen. Was steht dort da? Das war doch das Inventar, oder nicht? Ich möchte mir auch gerne was anziehen. Ach, schau. Guck, jetzt hab ich sogar Feuer. Nochmal frech wirst. Aua! Ich wollte nur testen, ob du brennst, aber du hast nur einen roten Strich am Arm jetzt. Ja, es hat mich jetzt verbrannt. Das ist doch wirklich. So, die anderen kommen nicht mehr. Hab ich gleich gekackt, siehste. Wie du immer, ja wie du, wie du immer nach vorne zu sehen.